Gut, das heißt, wir machen noch 15 Minuten und dann ist okay. Hier? Einwände? Ja. Kontroverse Diskussion? Keine Ahnung. Können wir uns auch gerne mal über was anderes unterhalten, aber ich bin leider so dumm. Weißt du zufällig, wie viele, bei der wievielten Folge du bist, die du hochgeladen hast? 61. 61. Folge 61 kommt morgen. Also ist heute 60, gestern 59. Das ist so Mathematikwäsche. Ah, okay. Nee. Warum? Und jetzt wieder ich? Sorry. Ja, das. Ich wäre dankbar, wenn du dir das sparen würdest. Ich bin gerade auf deinen Kanal gegangen, darum. My card incoming. Ich bin eh gerade am runtergehen, also. Bist du hochgefahren? Das hat man mich nicht erkannt. Du hast bei mir nur noch gesessen und dann warst du immer weg. Ja, ich bin hochgefahren. Dann wären wir ja nach Adam Riese bei 67 Folgen. 68. 61 kommt morgen und wir haben jetzt... Ja, wir machen jetzt sieben. Bei wieviel Folgen sind wir dann? Ja, gut. Ich dachte, wir machen sechs. Hä? Ja, du hast gesagt, wir sind bei einer Stunde und 15 Minuten und wir machen noch eine Viertelstunde. Das sind bei mir... Ach ja, stimmt. Das sind ja dann nur sechs Folgen. Ja, keine Ahnung. Wir sind dann bei 67 quasi gleich. Ja, ein bisschen Material fehlt noch. Bis Folge 70 und da dazwischen würde ich... Ach, ein bisschen Pause machen zwischen Season 1 und Season 2. Wollen wir... Vielleicht fünf Tage oder so. Wollen wir den noch ein bisschen länger machen oder kannst du nicht? Was, heute? Ja, ja. Jetzt. Danach. Also nach der sechsten jetzt. Was willst du dann machen? Noch die drei Folgen, die uns zur 70 fehlen. Ja, könnte man machen. Aber was willst du denn den Folgen machen, du geiler? Du geiler Keiler. Hä? Ich frag doch nur, ob wir die 70 voll machen wollen. Womit ist es mir... Ja, könnten wir. Mit was machen wir die Folgen voll? Der versteht nicht, was mein Problem ist, glaube ich. Ich glaub, du meinst, was wir in der Zeit machen. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung. Guck und. Mir egal. Ja, dann fang ich jetzt an, Marble zu schmelzen. So. Ich hab aber, glaub ich, unten im Keller auch noch ein bisschen Marble. Weil dann geh ich nämlich mein Haus weiterbauen. Ihr könnt mich mal. Ich hab ja gar keinen Bock sonst. Ich würde das hier nicht mehr fertig. Das schaff ich eh nicht mehr, fertig zu bauen. Ja, den kannst du auch nicht. Hm. Hm, hm, hm. Tja, keine Ahnung, was der gemacht hat. Der war sicher schon richtig mega lange dran. Also wirklich mega lange. Ja, keine Ahnung. Dann nehm ich mir halt mal alles so, was ich so habe. Alter, ich hab doch noch so einen Quarzbogen im Inventar. Alka, heißt's kann man auch nicht, äh, stacken. Nee. Woher kriegst du die? Dungeon Loot. Ich hab noch nur zwei Stück, also das ist jetzt nicht so, als wär das, äh, der Überloot, den ich da so hab. Sondern ich hab nur zwei Stück davon. So. Ich hab alle meine Waffen, aber ich muss noch in den Keller. Jo, übertreib's nicht. Alter, warum rennen jetzt hier so viele Gegner rum von meinem Haus? So, jetzt hab ich noch den ganzen Müll von denen getroppt. So, und jetzt wollte ich in meinen Keller. Hast du dem, hast du in die Gruppe geschrieben, mein Gott? Hm. Okay. Gut, gut. Alter, warum laufen jetzt hier so viele Gegner rum? Warum hat er mich jetzt grad von meiner eigenen Treppe gekegt? Verpiss dich. Mensch, Mensch, Mensch. So. Jetzt hier hab ich doch Marble drin, ne? Da ist auch nur Insel drin. Marble, 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 Marble. Und Sandstone bräuchte ich eigentlich auch noch. So. Jetzt. So. Und so. Und so. Naja. Naja. Ja, egal. Also so viel schneller als ne Diamantor, Living Metal Pickaxe ist die, die ich ja gebaut hab, jetzt auch nicht. Ne, ist auch nicht, aber die hält halt viel länger. Die geht halt nicht kaputt, die heilt sich von selbst. Na gut, tut meine Living Metal auch. Und die ist schneller. Ja, also ich hatte schon... Jetzt ist der Renne traurig. Hä? Jetzt ist der Renne traurig, weil er sich Mühe gemacht hat. Äh, so. Aus was ist der dann? Äh, Manilium Kopf, Obsidian und Papier Binding. Ja gut, aber dann ist er auf jeden Fall die einzige Picke, die auch Manilium Blöcke abbauen kann. Ne, nicht Living Metal. Kann die Manilium Blöcke abbauen, bist du ja sicher. Manilium Blöcke? Äh, keine Ahnung. Ja, deswegen, weil das ist nämlich ne Mining Stufe höher noch. Hat er auch hier irgendwo ein... Ich hoffe, das stimmt jetzt alles. Ich hab nur Ingotts, Manilium. Das hätt diesmal eben ausprobiert. Ja, ich weiß es halt nicht, aber... Wie oft muss man auch Manilium abbauen? Jetzt mal ehrlich. Als Block relativ selten. Ja, geht's auch. So, dann arbeite ich mich halt eben ein bisschen hier rund. Wenn ich noch so viele Videos machen soll. Was haben wir gesagt? Wenn wir sechs Folgen machen, wären wir bei 67. Ja. Sag ich, wir machen neun Folgen. Neun Folgen sind nur Adam Riesling, zweieinhalb Stunden Aufnahme. Können wir das Sinn? Ne. Ja. Ne, zwei Stunden 15. Ja. Wann haben wir angefangen? Um 14.20 Uhr. Das heißt, um 16.35 Uhr sind wir fertig. So, dann haben wir noch 45 Minuten vor uns. Ja. Ja, okay. Dann kannst du, dass ich noch ein paar Mal vom Server diskonnecte. Weil ich in meine Vorlage gucken muss. Weil mein Häuschen steht ja offline schon. Alter, ich hasse es, Treppen zu setzen. Habe ich das schon mal gesagt? Mensch. Das ist ja richtig nervig. Christoph, wenn du nichts zu tun hast, kannst du mir gerne helfen. Du kannst Treppen setzen. Ich suche gerade was raus, was du mir gesagt hast, was die Unterschiede sind. Ja, wie gesagt, also mir ist das prinzipiell egal. Ihr müsst mir das eh alles erklären, wie das funktioniert. Ich fange doch genauso blind an, wie ich Hexit angefangen habe. So. Kann ich den Block da haben? Danke. So. So. Nach, scheiße. Das Problem ist ja, wenn ich Treppen auf dem Kopf haben will, muss ich die ja sogar von unten setzen. Das klappt ja gar nicht anders. Naja. Mensch. Das ist ja so nervig. Gut, aber die Tatsache, dass man sie ja quasi noch anders setzen kann, erweitert halt die Möglichkeiten damit, aber trotzdem nervt's. So. Jetzt habe ich schon fast die Hälfte an dem Doppelring aus Quarz. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Gib mir die Leiter. Gib mir sie. Quarz ist rar, ist gut. Oh. Wenn die Stairs nicht das machen, was sie sollen. Nur, weil ich jetzt noch zwanghaft 45 Minuten extra füllen muss. Mensch, Mensch, Mensch. Sie setzen sich nicht so, wie sie sollen. So. Oh, ich raste aus. Das gibt's doch nicht. Das macht gar keinen Spaß. Krass. So. Oh, dann neigt sich ja Season 1 schon fast zu Ende. Ist ja auch übel. Es ist halt einfach schon Mads, Kinder. Ich finde das krass, Alter. Wir machen das jetzt seit, ja, drei Monaten. Fast. Zweieinhalb Monaten. Gut, dass ich als einziger nostalgisch bin und mich alle wieder ignorieren. Nein. Das ist ja so lang gewesen. Das ist ja voll traurig jetzt. Eigentlich fehlt mir das in meiner Kollektion noch, dass ich jemanden rauswerfe. Du kannst mich jetzt rauswerfen. Ich kann jetzt Ragequiten und dann mache ich mich halt schlau. Ich hätte das nicht verstanden. Wo ist eigentlich der Manni? Ich fange gerade an, die Mobfarm zu bauen. Ah ja. Das ist so so typischer Enthusiasmus kurz vorm Ende, ja? Dann muss alles noch gemacht werden. Ich habe sonst gerade irgendwie nichts zu tun, deswegen. Ja, ich habe leider genug zu tun. Drei Blöcke, so N40. Ich brauche noch ein paar Stairs. Wir schaufeln jetzt da. Wo baust du denn die jetzt hin? Unten bei mir, im Untergrund. Okay. Ich glaube, 16 reichen, Mensch. Oh, Mensch. So. Nein. So, dann stehen nämlich zumindest schon mal die Quarz, der Quarzring, der Unterwehr, davon gibt es ja sogar zwei, von daher. Muss ich, glaube ich, doch noch ein bisschen Quarz fahren, bevor die ganze Sache hier fertig wird. Naja. Ich tippe mal, das läuft eher in Season 2 dann. Naja. Ist das jetzt nicht euer Ernst, oder? So. Gut. Das. Und jetzt brauche ich Schizzled Marble. So. Und da geht so. Habe ich einen Stack davon. Jetzt. Muss mal ganz genau schauen. Müsste ich eigentlich genauer schauen. Wie der wohin kommt. Mensch, Mensch, Mensch. Wie schnell buddelt eigentlich die Schaufel? Na geht. Nicht so überschnell. Nähe. Hm. Mir fehlt auch der Paver und der Anti-Paver und die halben Paver-Slaps. Mensch, Mensch, Mensch. Das war nicht geplant so. Uff, Teufel, komm raus. Muss der Christopher das aber immer haben. Entschuldigung. Hast du überhaupt schon was rausgefunden? Ja. Also, Ticket leitet auf jeden Fall mehrmals, nämlich genau 10 und ist, äh, frisst weniger Computerres. Ah ja, das ist mir quasi egal. Ja, so viel, schon gedacht. Warum fällt die, die Treppe hier immer wieder runter? Witziger Bug. So. Jetzt bräuchte ich Sandstone und Clean Glass und schwarze Basaltstufen und Anti-Paver und den Boden, der hierin gehören soll. Mensch, Mensch, Mensch. Die Jugend von heute, ey. Ja, das Endblock zu wenig. Ich geh mal kurz in Offline-Modus gucken. Äh, Disconnect. Mensch, Mensch, Mensch. So. Der Ring steht. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, das ist genau so weit, wie es sind soll. Das heißt, hier ist ein Feld von fünf dazwischen. Ach ja, und hier fehlt die ganze Wolle noch. Die hab ich auch noch nicht. Hm. Das ist gay. Naja. Also. Hier kommen fünf. Dann kommt ein Dreierblock davon und damit bündig hört das Quarz auf. und dann kommt Prick Nix Prick. Mal gucken, ob ich mir das doch merken kann. Wahrscheinlich schon jetzt. Ich hätte ein bisschen ein Foto gemacht. Vielen Dank. Dann kommt